Hallo liebe Freunde und Kameraden, hier ist der Lagebericht aus dem BRD-Gulag vom 17. Dezember. Oder wie unser geliebter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wahrscheinlich sagen würde, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe diverse Mitbürger. Oder keine Ahnung, wie man das Frühstück im BRD-Gulag. Was gibt es heute? Ich muss immer fair sein, wisst ihr. Ich kann euch nur zeigen, was mir die Lagerverwaltung immer gibt. Gut, das übliche Blaubeeren, hier die filetierte Orange, die ist noch gut. Super Clementine, Ananas, Himbeere, Fusalis. Heute die ordinäre grüne Kiwi, zwar aus Neuseeland, aber eins sage ich dir, grüne Kiwi. Eigentlich wollen wir hier nur Superstars aus Argentinien sehen, nicht wahr? Dann hier, hier habe ich übrigens die Erdbeeren teilweise auch verarbeitet, in dem Kompottchen. Und schaut mal her, die Lagerverwaltung hat mir tatsächlich ordinäres Hefebrot gebracht. Gut, dieses Sauerteigbrot, das ist auch ziemlich toll. Sogar Milchbrötchen. Ich habe also wirklich in all den Jahren noch nie Milchbrötchen bekommen. Das ist ja wirklich nicht gesund und so, aber na gut, dafür ist die Vorspeise heute umso besser. Schaut mal, das hier sind fünf Scheiben Oktopus Carpaccio mit getrockneten Tomaten und italienischem Olivenöl und Kräutern. Ah, also wenn ihr diese Wurst als ein Kilo kauft, von der man das hier runterschneidet, kostet ein Kilo 69,95. Aber diese glorreichen fünf Scheiben, unglaublich aber wahr, zum Schnäppchenpreis, zum ich schmeiß mich weg Preis, 100 Gramm Oktopus Carpaccio. Ich glaube 9,99. Kein Scheiß. Dann haben wir hier den wundervollen Tassimo Kaffee, abgeschmeckt mit die Gulag Verwaltung quasi nett, uns ein bisschen Schokoladenlikör zu geben. Das ist übrigens der Trick von Starbucks, die tun da immer Haselnusslikör rein und was weiß ich für komische Likörchen. Dann denkt man immer, oh wunder, was für ein toller Kaffee, dann hier Wasser. Und ihr kennt doch Katzen, oder? Ihr kennt doch diese Wurst, diese Katzenwurst und die Katzen lieben die und sprinten denen hinterher und so. Die Katzen im Gulag sollen also nicht notleiden, wir schmeißen denen immer so bayerische getrocknete Jerky-Fleischbällchen hinterher. Das ist so süß, wenn sie dann drauf rumkauen auf den zehn Dingen, also so voll putzig, die Katze. Und fünf Euro ist absolut angemessener Preis für 75 Gramm, weil für 100 Gramm Dörrfleisch brauchst du 231 Gramm richtiges Fleisch. Der mongolische Krieger weiß das. Ja, was kann ich euch sagen? Das ist diesmal die normale Mäglebutter. Ich sag's ja, ich sag's ja, es wird hart. Und ich hab festgestellt, in der Nacht haben die die Heizung abgedreht. Zwischen drei und vier Uhr geh ich ins Bad, um mich aufzuwärmen. Nachdem ich kurz auf dem Balkon war mit dem Schnee und so, geh ich rein und denk mir, ich hab's kuschelig warm wie in der Sauna, weil ich hab's immer volle Kanne aufgedreht im Bad. Ey, ist die Heizung aus? Ich denk mich, dritten Pferd, hab ich mich sofort heiß abgeduscht und so. Die wollen, dass wir hier erfrieren im Gulag für Putin, gegen Putin, apropos Putin und so. Ich hab wirklich, also manchmal fehlen mir schon so ein bisschen, ich glaub, die tun mir irgendwie was ins Wasser rein im Lager. Also, ich fühl mich irgendwie immer gut, aber mein Gehirn lässt manchmal nach, ob die den Anteil von Fluorid im Leitungswasser erhöht haben, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich fühl mich einfach immer gut, und zwar grundlos gut. Und ich frag mich aber, was die Ukraine-Flüchtlinge zum Beispiel angeht. Die sind alle willkommen. Ich liebe alle Ukrainer. Und vor allem die Ukrainerinnen und diese slawischen Gesichtszüge, die ich ja auch hab. Wir sind einfach wunderschön und super sexy, ich weiß es. Aber wir waren lange Zeit viel zu preiswert. Mein Gott, in Odessa, da konnte man also voll wilde Feste feiern für ein Appel und ein Ei. Ihr müsst euch vorstellen, also so eine Rente von 60 Euro, 40 Euro, 80 Euro, 100 Euro oder 200 Euro. Das waren schon die höheren Monatsverdienste. Und ich war mal in Kershom. Also, der Rolls-Royce hatte eine Panne damals auf dem Weg nach Odessa. Und wir waren in Kershom. Und das teuerste Hotel in Kershom. Ich hab extra gefragt, bitte, bitte, bitte. Nur das Beste. Und das teuerste Hotel in Kershom im Jahr 2017 hat gekostet 22 Euro. Mein Gott, haben wir die Ukraine ausbluten lassen. Die haben wir so richtig fertig gemacht, die Leute. Und was ich auch merkwürdig fand, die wurden ja bombardiert in Donetsk im Osten und Lugansk. Donetsk wurde besonders krass bombardiert. Ich glaube, acht Jahre lang. Wir haben dann auch so Hilfstransporte runtergeschickt. 2014 und 2015. Aber nicht durch die Westukraine, weil da hätte man uns alles abgenommen. Wir wären wahrscheinlich von Wegelagerern überfallen worden. Nein, wir mussten hinten übers Baltikum, dann hinten über Russland und über Russland hinten rein, dann nach Donetsk. Und wir haben übrigens das Finanzamt beschissen. Wir haben dem Finanzamt unterschlagen, dass wir den wundervollen Mercedes-Lastwagen, dass wir gar nicht vorhatten, den wieder mitzunehmen, den haben wir einfach dort gelassen. Da hätte man eigentlich Umsatzsteuer und so. Aber wir haben dann gesagt, oh, er war plötzlich weg. Ich bin ja gespannt, ob das Finanzamt jemals die Rahmennummern überprüfen wird. Aber ganz ehrlich, viele Leute damals, als Donetsk bombardiert wurde, die wollten eigentlich zu ihren Lieben nach München, zu Nikolai Blagy nach Essen, zu Marsha nach München und so. Aber sie haben keinen Flüchtlingsstatus bekommen 2014 und 2015. Wisst ihr warum? Weil die Bundesrepublik festgestellt hat, dass die Ukraine ein völlig sicheres Drittland ist. Sie haben also völlig ignoriert, dass die bösen Separatisten im Osten sich abgespalten haben und also völlig zu Recht täglich mit Raketen bombardiert werden mussten. Da wurden Millionen Städte wie Donetsk einfach so mit Raketen und schwerster Artillerie. Das ist übrigens schlecht an Donetsk, weil Donetsk ist wirklich sehr dankbar, wenn es darum geht, ein Ziel abzugeben, um bombardiert zu werden. Ach, ich glaube, der deutsche Fußball-Michel hat schon mitgekriegt, dass die Champions-League-Spiele mit Donetsk nicht mehr in Donetsk standen, weil das Fußballstadion völlig zerstört wurde und leider auch der internationale Flughafen der Nagelneu war. Ich habe gehört von Martin Lejeune, Stuttgart 21 könnte noch 30 Jahre dauern, bis der Bahnhof fertig ist. Vielleicht haben die da wirklich so einen unterirdischen UFO-Flugplatz unter Stuttgart 21. Genauso wie der Flughafen in Berlin wahrscheinlich gar nicht wirklich ein normaler Flughafen ist, sondern da sind so tiefe Decks und da sind dann so Atombomber und Spezialflugzeuge oder so. Sicher ein Geheimflughafen. Naja, auf jeden Fall die Eltern von Nikolai Blagin oder von Marsha und so weiter, die konnten leider nicht als Flüchtlinge zu ihren Kindern nach Deutschland, wo sie dann also nicht, ihr müsst euch vorstellen, du schläfst in einer Stadt und jeden Tag, random, wird irgendeine Rakete irgendwo einschlagen, dann stürzt ein Teil des Hauses ein, deine Beine sind weg und so. Und das ist so ein psychologischer Zermürbungskrieg. Einfach so acht Jahre jeden Tag so ein bisschen eine Großstadt bombardieren mit Artillerie, Raketen und so. Und das erzeugt enorm Stress, nicht wahr? Aber wie schon gesagt, die Ukraine galt als sicheres Drittlandsgebiet und erzählt das den 10.000 Toten und den 100.000 Verstümmelten und Verletzten und so. Aber das ist halt eine politische Entscheidung zu sagen, die Ukraine ist ein sicheres Drittlandsgebiet, liebe Mitbürgerinnen, Mitbürger und Diverse. Auf jeden Fall, als der Krieg dann die Offensive im April durch die Russen begonnen wurde, da war klar, da würden dann alle Stricke reißen. Spätestens dann hat man den Leuten aus Donetsk den Flüchtlingsstatus gewährt. Allerdings erst mal nur in Russland, nicht wahr? Also alle Ukrainer sind wahrscheinlich gar nicht willkommen, weil die ganzen aus den östlichen Teilen der Ukraine, die sind alle nach Russland gegangen. Das würde ich denen auch raten, weil erstens ist der Weg viel kürzer und zweitens in Deutschland ist es bald genauso kalt wie in Kiew demnächst. Ich glaube, das war kein Zufall, dass die Hausverwaltung einfach so zwei Stunden die Heizung abgedreht hat. Ich werde über Mietminderungen nachdenken, weil gerade in der Zeit drei bis vier Uhr kriegt man das ja mit und so. Aber ich sage euch eins, wenn das BRD-Gulag, also wenn es hier bald aus ist und zum Glück, ich habe insgesamt noch also über eineinhalb Kilo von den Dingern, aber wir mampfen die schnell weg. Ist ja auch sehr gesund, das ist ja reines Protein, Öl, getrocknete Tomate. Mh, Oktopus! Die Milchbrötchen muss ich wahrscheinlich wegwerfen, weil das ist zu ungesund. Nein, nein, wir müssen auf unsere Figur achten. Also wir müssen alle super gut ausschauen und ja, ja, und die Katze, wenn sie diesen Bällchen hinterher jagt, dann hat sie das Bällchen auch verdient, das wollte ich euch sagen. Und vielen Dank, liebe Freunde, dass ihr uns trotz dieser harten Zeiten so reichlich unterstützt, noch im Frühstück, im Gulag. Aber bitte diese grüne Kiwi, das ist wirklich eine Ausnahme, das sage ich euch. Und so Milchbrötchen und dieses 0815-Zeug. Ich habe es mitgenommen, ja. Ich wollte aber eigentlich nur die Enten da mitfüttern, ne. Das wollte ich euch nur sagen. Und jetzt macht es gut, liebe Freunde. Do svidani, würde der Russe sagen. Tschüss!